Hallo miteinander, wie geht's? Heute habe ich Barbara Ahn ausgesucht. Das Stück habe ich lange 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 Zeit für Weige zu machen, aber es ist doch nett und etwas zum lachen zu bringen. Also wir probieren rockige Art, aber zuerst langsam üben. Wir fangen jetzt mit Solo Stimme. Das ist Solo, aber da kann man auch normalen Sopran singen. Okay? 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Alles geklappt? Ja, mein Englisch ist es ja so, aber Barbara ist ja so ein lustiges Stück. Dann machen wir jetzt den Sopran 1. 1, 2, 3, 4. Be-ah, 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 be-ah. You look at me, look at me. You look at me, look at me. Musik Geht, oder? Dann jetzt Alt 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tja, Alt 1 war nur fast ein Ton F. Jetzt Alt 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dann jetzt die Stimme, die Männerstimme. Bereit? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 4. 2, 4. 3, 4. 2, 4. 2, 5, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 2, 3.